Ideal zum Befüllen, Absaugen bzw. Umfüllen von diversen Flüssigkeiten ist die elektrische Absaug- und Umfüllpumpe. Die technischen Details schauen wir uns jetzt an. Die Pumpe hat einen 60 Watt starken 12 Volt Motor. Dieser kann mittels der mitgelieferten Krokodilklemmen an der Fahrzeugbatterie oder an eine externe Batterie angeschlossen werden. Der Ansaugschlauch hat eine Länge von 150 cm und der Abgangsschlauch eine Länge von 120 cm. Geeignet ist das Gerät für unterschiedlichste Flüssigkeiten wie zum Beispiel Diesel, Motoröl, Heizöl oder Kühlflüssigkeit.